Servus Leute, ich möchte das neue Frühjahr begrüßen und deswegen zeige ich heute ein paar Natur-Impressionen. Ich habe mir zwei Kumpels eingeladen und wir sind in Insel am Wasserloch und am Falkensee gewesen. Das Wetter war heute richtig... Nice! ...chillt und filmt ab! Oh, äh, das war der falsche Film. Äh, nächster Versuch. ...schreie... Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020